Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch diese spannende Aufgabe mitgebracht, bei der wir herausfinden sollen, zu wie viel Prozent ein Sektglas gefüllt ist, wenn man den Sekt bis zur halben Höhe einschenkt. Das ganze Szenario ist nochmal hier aufgezeichnet. Wir haben unser kegelförmiges Sektglas. Der Sekt ist bis zur Hälfte der kompletten Höhe des Glases eingeschenkt und wir sollen jetzt herausfinden, zu wie viel Prozent vom Volumen dieses Glas jetzt mit Sekt gefüllt ist. Schreibt mal in die Kommentare, welches Gefühl ihr so am Anfang habt, was ihr schätzen würdet, welche Antwort hier stimmt von diesen vier Antwortmöglichkeiten. Wir gehen jetzt mal an das Ganze mathematisch ran und berechnen exakt, welche Antwortmöglichkeit hier richtig ist. Gehen wir mal rein zu unserem Kegel. Wir haben hier ja im Grunde zwei Kegel. Einmal diesen großen Kegel von unserem Sektglas und dann ist ja hier unten, da wo wir den Sekt eingeschüttet haben, da entsteht ja nochmal ein zweiter kleinerer Kegel. Das ist hier ja auch so rund dann, wenn man sich das so vorstellt. Im Grunde haben wir also zwei Kegel. Um das Volumen zu vergleichen, bräuchten wir erstmal eine Formel fürs Volumen. Den großen Kegel, da nennen wir das Volumen mal V1, das wird der große Kegel und von dem kleinen, da nennen wir das Volumen mal V2. So, kümmern wir uns erstmal um den großen Kegel. Um das Volumen berechnen zu können, sagt die Formel, nimm ein Drittel, multipliziere das mit der Kreisfläche deines Kegels. Kreisfläche, dafür bräuchten wir noch den Radius, also zeichnen wir den mal ein. Wir wissen nicht, wie groß er ist, wir nennen ihn einfach mal R. Also die Kreisfläche, wenn wir die berechnen würden, ist das Pi mal R², das kommt in die Formel rein. Und dann wird das Ganze noch mit der Höhe des Kegels multipliziert, die heißt bei uns hier jetzt in dem Fall H. Das ist die Formel für das Volumen eines Kegels. Okay, die haben wir schon mal von dem großen Kegel. Dasselbe machen wir jetzt noch mit unserem kleinen Kegel, damit wir das Ganze gut vergleichen können. Wie ist der denn aufgebaut? Die Formel, sehr ähnlich natürlich, ein Drittel mal. Die Kreisfläche, die wir jetzt bei unserem kleinen Kegel haben, die hat natürlich einen anderen Radius. Diesen Radius kennen wir nicht, denn den dürfen wir aber auf keinen Fall R nennen, den haben wir hier oben schon benutzt. Nennen wir das Stück, also den Radius von unserem kleineren Kegel einfach mal x. Also auch hier kommt dann Pi mal x² für die Kreisfläche rein. Und das Ganze wird mit der Höhe des kleinen Kegels multipliziert. Die Höhe des kleinen Kegels ist jetzt aber die Hälfte der großen Höhe, also mal 1,5 mal h. Das ist die Formel für den kleinen Kegel, für das Volumen davon. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, welche Gemeinsamkeiten gibt es, welche Unterschiede, was brauchen wir noch? Wenn wir mal schauen, ein Drittel kommt hier vor, kommt auch hier vor. Pi kommt da vor, kommt auch hier vor. R hoch 2, x hoch 2, okay, das können wir so noch nicht gut vergleichen. Das h kommt auch hier vor, das 1,5 ist hier noch zusätzlich drin. Wir können jetzt aber noch nicht direkt sagen, wie die beiden zusammenhängen, denn das R und das x, die sind einfach noch zu unterschiedlich. Wir haben noch keinen Zusammenhang zwischen den beiden. Also ist das unser nächster Schritt, einen Zusammenhang zwischen R und x zu finden, damit wir das hier irgendwie auch besser vergleichen können. Gehen wir dazu mal auf eine neue Seite und schauen, wie R und x denn zueinander liegen. Die verlaufen ja parallel und hier diese Abschnitte, die haben wir auch gegeben. Das sieht nach einer perfekten Strahlensatzfigur aus und den nutzen wir jetzt auch, um einen Zusammenhang zwischen R und x zu finden. Die Strahlen laufen ja von hier unten aus dem Zentrum sozusagen hier hoch und die werden dann von diesen beiden Parallelen geschnitten. Und der Strahlensatz sagt, dass sich, markieren wir das mal, dieses kleine Stück zu diesem kleinen Stück verhält, also x, verhält sich zu ein Halb h, genauso wie das große parallele Stück zu dem langen Stück hier. Also wie r geteilt durch h. Das ist der Strahlensatz und der liefert uns jetzt einen Zusammenhang zwischen x und r. Da ist noch h drin. Schauen wir mal, wenn wir das nach x umstellen, was passiert. Also multiplizieren wir mal mit ein Halb h, dann steht das x alleine. Rechts haben wir r geteilt durch h und das Ganze noch mit ein Halb h multipliziert, was sehr schön ist, denn dieses h und das h hier unten heben sich einfach nur weg. Da steht dann letztendlich r mal ein Halb oder eben, wenn wir es rumdrehen, ein Halb mal r. Also x ist die Hälfte von r. Das ist doch ein Zusammenhang, den wir benutzen können. Den merken wir uns, gehen zurück zu unseren Volumenformeln und setzen das für unser x hier jetzt einfach mal ein. Diesen Zusammenhang hier. Also für das x wird ein Halb r eingesetzt. Was passiert dann? Ein Drittel mal jetzt den Rest schreiben wir ab. Hier an der Stelle für x setzen wir ein Halb r ein. Das Ganze wird dann quadriert. Also schön eine Klammer drumherum quadrieren. Den Rest einfach so abschreiben. Dann lösen wir die Klammer mal auf. Ein Halb quadriert ist ein Viertel. r quadriert sind r hoch 2. Und den Rest so abschreiben. Und jetzt vergleichen wir mal nochmal, ob wir in unserem V2, was wir hier gebastelt haben, ob wir da das V1 drin finden können. Denn wir brauchen ja einen Zusammenhang zwischen V2 und V1. Und es wäre natürlich sehr praktisch, wenn V1 hier drin steckt. Gucken wir mal. Ein Drittel ist drin. Pi ist drin. r hoch 2 ist mittlerweile drin. Das haben wir ja extra so gemacht, dass wir den Zusammenhang haben. Und das H ist auch hier drin. Das ist ja perfekt. All das, was ich grün markiert habe, kann ich ersetzen. Das ist nämlich nichts anderes als V1. Das Volumen von einem großen Kegel. Und alles, was nicht grün markiert ist, das muss ich natürlich nochmal hinschreiben. Aber das kann ich jetzt ausrechnen. Ein Viertel mal ein Halb sind ein Achtel. V1 hinten dran. Und ich habe jetzt eine perfekte Aussage, dass der kleine Kegel ein Achtel mal so groß ist wie der große Kegel. Das ist schon mal sehr gut. Allerdings bringt es mir noch nicht so viel, weil ich habe hier nur Prozentangaben. Das müssen wir jetzt mal die ein Achtel noch herausfinden, was das dann in Prozent heißt. Prozent kann ich bei Brüchen super gut ablesen, wenn ich Hundertstel habe. Also wenn ich diesen Bruch auf Hundertstel erweitere. Bei Acht geht das allerdings leider nicht so gut, weil die Acht nicht in der Hundert drin steckt. Aber dann geht man einfach auf Tausend hoch. Also erweitert mit 125, weil 8 mal 125 sind 1000, 1 mal 125 sind 125. Und jetzt sieht man es ganz schön. 125 durch 1000 kann ich dann, wenn ich es in eine Kommazahl schreibe, sind es 0,125. Also einfach die Zahl hier hinschreiben und die Tausendstel sagt mir, 1, 2, 3 Nachkommastellen wirst du haben. 0,125, wenn ich das jetzt noch in Prozent hinschreiben möchte. Ich meine, wir sehen es schon, was es sein wird. Aber dann muss ich das Komma, also muss es nochmal mit 100 multiplizieren. Und dann lande ich bei 12,5 Prozent und das ist Teil A. Und wer hätte das von euch gedacht? Ich finde das echt wenig. Aber klar, der Kegel geht natürlich dann so schräg auf und dann hat man das ganze Volumen ist hier oben, nicht hier unten in dem kleinen Ding. Also gar nicht mal so voll. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Liked das Video gerne und wir sehen uns beim nächsten. Macht's gut!